Verbkonjugation Teil 7 Frühstücken F-R-Ü-H S-T-Ü-C-K E-N Frühstücken Ich frühstücke Du frühstückst Er, sie, es, frühstückt Er, sie, es, frühstückt Sie, sie, wir, frühstück, kennen Sie, sie, wir, frühstück, kennen Ihr frühstückt Ihr frühstückt Um 6.30 Uhr frühstücken Ich frühstücke um 6.30 Uhr Du frühstückst um 6.30 Uhr Ich frühstückst um 6.30 Uhr Ich frühstücke um 6.30 Uhr Im Hotel frühstücken Im Hotel frühstücken Wo frühstücken die Kinder? Wo frühstücken die Kinder? Die Kinder, sie frühstücken im Hotel Die Kinder, sie frühstücken im Hotel Zu Hause frühstücken Ja, sie frühstücken zu Hause Ja, sie frühstücken zu Hause Nein, sie frühstücken nicht zu Hause Sondern im Hotel Nein, sie frühstücken nicht zu Hause Sondern im Hotel Jeden Morgen frühstücken Jeden Morgen frühstücken Hallo Florian, frühstückst du jeden Morgen? Hallo Florian, frühstückst du jeden Morgen? Nein, normalerweise frühstücke ich nicht Nein, normalerweise frühstücke ich nicht Also, jetzt kommt die Wiederholung Wiederholen wir nochmal Ich frühstücke ich frühstücke Du frühstückst du frühstückst Du frühstückst er sie es frühstückt Er sie es frühstückt Sie sie wir frühstücken Sie groß sie plural wir frühstücken Ihr frühstücken Ihr frühstückt Ihr frühstückt Ihr frühstückt Ihr frühstückt Also, das war Verbkonjugation Frühstücken Vielen Dank und auf Wiedersehen Tschüss Frühstück 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 Frühstück